Hi Leute, sehr willkommen bei TZ, du bist Ja Freunde, wir kommen heute zu einem neuen Video Ja gut, die ist nur normale Stimme, aber nicht so lustig Ja Freunde, wir kommen heute Mach schon mal eine eigene Witz gerade raus, aber gut Zu einem Optimus Prime Draft Battle, Freunde Ne Optimus Prime Icon gibt immer nochmal einen extra Punkt sogar, oder? Ne, kein Punkt, ein Duppe Ein Duppe, ein extra Duppe oben drauf, Jungs Wir versuchen natürlich das beste Draft ever zu bauen 194 Oh mein Gott Und der Verlierer muss ein schönes Gläschen Klowasser trinken Ja Dann schön einmal gespült, Glas rein Und dann Weggespült, das was jetzt drin liegt Das was jetzt drin liegt Das was drin liegt Okay, dann das was drin liegt, wenn du das willst Ja Freunde, dann würde ich sagen, wenn ihr mehr so Battles sehen wollt Däumchen nach oben da lassen Abonnieren nicht vergessen Die Schüssel ist so verkackt Ja, ich würde sagen, du warst ja gerade nochmal schön ordentlich So komm, schnick, 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 dann geht's Warum machen wir sowas? Immer so harte Bestrafung, Champions League gucken wir Ja Scheißhauswasser trinken Aber ganz ehrlich, es muss ja auch der Reiz da sein, weißt du Aber wir sagen, wir machen den Draft Es muss ja auch um was gehen, Digga, es muss um was gehen Und die Leute zeigen es dir mit 69 Daumen nach oben Schnick, schnack, schnuck So wichtig So wichtig Du hattest einen guten Draft, gerade einen richtig geilen Deswegen fangst du bitte schön an Verschärfe mir die Regel ein bisschen Die wäre Wir machen das jetzt so Ich muss mich jetzt vorher schon eine Zahl sagen Und muss mit der Aufstellung zurechtkommen Ich darf, oder machen wir Wunschauspiel Ne, Beste Komm, wir machen Beste Beste Wir machen Beste Aber das könnt ihr gerne mal reinschreiben Wenn man vielleicht sowas auch mal sehen wollt Ja, genau Schreibt mir so ein paar Ideen unten rein Oh ja, das sind gute Das sind auf jeden Fall schon mal am Stissel Also ich würde Ich würde eine mit vielen Links nehmen Das ist so ein kleiner Tipp von mir Oder eine mit vielen Links Das ist einfacher was zu bauen Du musst ja kein Trash Talk machen Das bringt jetzt absolut gar nichts Hab gedacht einfach so Können wir auch ein bisschen zusammenarbeiten Ne, das kann man nicht Ich halb mich für die hier Oh, geht aber gut los bei dir da Super, was mach ich jetzt? Ja, Ingo Aspas mitnehmen, ganz klar Boah, das ist echt scheiße Migitarian kannst du dir auch als Special Karten Ich würde einen Ingo Aspas einfach mitnehmen So auf Na Hörst du halt auch einen Freund Oh, Mensch Ja Yes Yes Hinde kommt sie raus Die Olga Gib mir noch ein Best, Bruder Was findest du, das würde ich auch Ben mitnehmen? Ne, ich würde immer noch Ingo Aspas mitnehmen Er hört ja nicht auf mich Eieieieiei Ja, da kommen aber auch gerade gute Karten Kommen da Es wird so heiße Komm Wer verkaut Scheiße, er baut aber gerade hier echt gute Dinge Okay, ja, bitte flach ab, bitte flach ab Bitte flach ab Den Ramsey mit Ramsey passt, Digga Ich würde echt ohne Scheiß jetzt Ramsey Ich habe keinen Ramsey mit Scheiße, Mann, das sind doch nicht die Knüller-Männer, die man eigentlich die ganze Zeit kriegt Okay, dein Bruder nehme ich auf Ehre mit Gib mir von Nein Oh, das sind sie Nein Das sind sie Nein Oh, 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 der kriegt aber auch gerade Karten, du Ja, Bruder Ich würde ja Kielini mitnehmen, Rating halt Du musst halt auch gucken, dass du ein gutes Rating bekommst Ja Aber die bringt keine Extra-Doppel, das ist ja die Optimus, ne? Egal, egal, die saft mir so Ein bisschen mein Ohrschlob Ein bisschen mein Ohrschlob Es gab ja schon mal ein Ja Was kriegt der denn alles? Was kriegst der denn alles, ey? Let's go Und jetzt hau die Böller-Männer raus Hau sie raus Was er alles bekommt Ich bin der schlechteste Draftbauer EU-West EA, das gefällt mir nicht Nein, es gefällt mir nicht Bitte, bitte, mach kein Auge Boah, geil, geil, geil Mario Gomez Mario Gomez Auf Ehre sogar Auf Ehre Mario Gomez Guck ich gar nicht nach Auf Ehre direkt Alter, jetzt Eigentlich Panda Eigentlich Panda, falls es ein Ehrebruder ist Oh, jetzt Choken ist aber schon so rein, ey Also die Tat muss man jetzt von dir gerade auch nicht verstehen, oder? Ich bin verzweifelt jetzt schon Wo kommst du denn her? Vom Weihnachtsmarkt Alter Vater Alter Vater Bruder Muss los Bruder Ruht Sitz erstmal, bleib ruhig Iiii 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 Bruder Bruder Ich frage euch schon mal Kann Klowasser schmecken? Meint ihr das gibt es auch mit Geschmack? Kann man dein Level Up mit Anmischen? Das ist brutal, alter Der kriegt einfach mal drei von denen Optimus Warum habe ich nicht angefangen? Warum habe ich nicht angefangen? Das ist kein gutes Draft, Bruder Boah, drei Optimus Prime Icons sind schon krass Ja, für die Bonuspunkte, ne? Du musst jetzt irgendwie auf 100er Chemie kommen. Hol doch erstmal deine Spieler. Bleib ruhig, bleib ruhig. Dann kannst du da rum überlegen und rum experimentieren. Fuck, die choken. Die choken. Die choken. Ich find's gut. Also wenn er jetzt noch eine Icon kriegt, also dann ist er bei Endstation. Die haben gechokt. Die haben vollkommen reingechokt. My oh my. Die haben komplett reingechokt. Digger, du hast fucking vier Ikonen in deinem Team. Du wirst wohl noch 100er Chemie da oben hinbekommen. Die haben reingechokt. Ja, dann stell mal um. Je nachdem, wie lange das dauert, sehen die Jungs jetzt hier einen Zeitraffer oder wie Tag und Nacht vergeht. Das sehen wir uns gleich wieder, ja. So Jungs, okay, ich hab jetzt hier zeitlang rum probiert und es ist echt... Wie verhext, ne? Es ist echt... Du hast gesehen, ne? Wir haben echt jetzt viel rum probiert. Ich hab jetzt zwar Kante raus, krieg dafür Bewertung und Minuspunkt, aber krieg dafür drei Chemie oben drauf. Also die Punkte nehme ich schon mal mit. Wenn ich jetzt einen Trainer treffe aus der Premier League oder irgendein Ehrenbruder, egal woher, der mir Punkte bringt, dann würde ich schon ein gutes Rating dastehen haben. Wir gehen einfach mal ins Risiko, bevor das Video jetzt noch länger wird. Wir holen den Trainer ab. Und man kennt ihn. Uh, oh, 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 oh. Der bringt mir immerhin zwei Punkte. War echt vielversprechender. Ja, man kennt's, ne? Natürlich, jetzt kennt er von der Premier League dabei, TTEA. Musst du den mitnehmen, ne? Nimm ich den Michael mit. So, Freunde, jetzt kommen wir... Danach darf man jetzt nichts mehr umstellen. Dann hast du 188 plus 3. Super. Gut, aber das ist dann 191er, ne? Ja, aber das ist zu wenig. Oh, shit, jetzt wird's ernst. Wahrscheinlich hätten wir wieder irgendwie was, wo... Ich weiß halt auch, wie man es halt besser machen könnte. Hab's ja nicht gesagt. Sag mal ehrlich. Ne, ich hab jetzt auch auf die Schnelle hätte ich jetzt auch... Das wird man wahrscheinlich... Vielleicht, wahrscheinlich die Jungs, die wissen was, ne? Ja, die können damit an Trick 17. So, was macht man jetzt hier? Scheißaufstellung. Scheißaufstellung, ja. Kann ich eigentlich bloß die hier mitnehmen, Freunde. Boah, ich wär, glaub ich, auf die erste gegangen. Ich geh auf die hier. Moin, Digga, alles fit bei dir. Da-dam. Da-dam. Wow, Jungs. Wow. Von dir kommt die Bank. Du gehst schon los. Sterling, du musst. Bringt mir aber nix. Weil ohne Icons... Ja, aber die 90er sind schon stabil, ne? Ja, aber ein 190er-Truff bringt mir auch nix. Eine wird auf jeden Fall irgendwo rumschlummern, Alter. Guck mal, was du für Karten hast. Ey, es muss wirklich 90 und so. Guck mal. Wow. Das war's. Feierabend. Feierabend. Ein 990er, das war's. Den muss ich hier auf jeden Fall mitziehen, den Junge. Aber ich hab halt nach vorne nix, ne? Geht's weiter. Das war's. Feierabend. Für Papa Timo. Für den Alexandro, ne? Ja, der bringt mir aber an der Stelle nix. Wow. Oh, was kriegt er denn für Karten, ne? Baut er grad absoluter Mist. Fuck. Ich muss hier irgendwas mal entscheiden. Aber der muss... Oh, Bruder, ich muss groß. Und er muss auch. Bruder, ich muss groß. Ohne Icons steh ich noch richtig scheiße da. Bruder, ich muss groß. Ich muss dich mitnehmen. Aber ich steh noch richtig kacke da, Jungs. Oh, oh. Abfahrt. Das hab ich jetzt schon. Digga, ich hab aber noch kein... Das ist auch nur ne 90. Ja. Die müssen jetzt mal ein paar Spieler hier gönnen. Aber Leeroy, du bringst mir halt da nix. Du bringst mir da nix. Das war's. Eine Icon, ich bin durch. Ich brauch was. Was sind das für Karten? Soll ich gleich trinken gehen? Okay, wir gucken mal weiter, Jungs. Halt die Fresse. Aber was soll ich... Halt die Fresse. Aber ich kann damit nix machen. Halt die Fresse. Ich brauch ne Icon. Yes, wichtig. Das war's. Feierabend. Wichtig. Das ist doch eine absolute Schiebung schon wieder, was hier grad läuft. Eine noch, die du integrieren kannst und es ist vorbei. Hopp, fertig. Nur gutes Rating mitnehmen jetzt. Lasst mich jetzt fucking noch mal net hängen, EA. Ich krieg Lob aus der Trinke. Mama, Papa, es tut mir leid, ne? Ich weiß, ihr habt mich anders da entzogen, aber mir bleibt nix anderes übrig. Jetzt kommt absolut nur Mist, Digga. Red nicht so. Natürlich. Aktuell bin ich unter dir. Ach, guck dir mal die Karten an, was mit dir alles drin bin. Ich seh's, ich seh's. Du hattest nicht nur ein Silber ne bis jetzt. Kommt nur absolut, der kommt noch. Ah, jo, klar, klar. Ja! Die kommen immer. Klazenfragge hatte ich auch, auf Erre. Ich muss ganz schön umbauen jetzt hier. Ja, Freunde, jetzt auch rumprobiert. Ich bekomme die 91er-Bewertung dorthin. Klar, meine Prime-Icon bringt mir einen Punkt. Aber ich bekomme einfach, ähm, das Ding nicht hin. Ich kriege einfach die Bewertung dort oben, springt nicht weiter. Sie springt einfach nicht weiter. Ich habe jetzt alles versucht. Hol deinen Coach ab. Komm! Ich habe alles versucht. Was ist, wenn ich ihn hier noch bringe? Aber es bringt auch nix mehr. Ich hole jetzt meinen Coach ab, aber was soll mir das jetzt noch bringen? Das ist eigentlich scheißegal. Das bringt ja nix mehr. Ich nehme einfach. Gleichstand, Freunde. Gleichstand. Weil Timo hatte ja die drei Icons. Optimus Prime. Ich hatte leider nur eine. Wir gehen ins Entscheidungs-Battle, mein Freund. Oh, fuck. Jeder ein Set mit Coins. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ich nehme es. Das, was angezeigt wird. Ja, das, was angezeigt wird. Entscheidet jetzt hier ein Set über Klo-Wasser. Ja, 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 was ist das? Was ist das? Was ist das? 85, also quasi. Bloß, bloß zwei sind 87 auf der Uhr. Ja, ja. Zack, das ist ein geiles Gefühl. Ich würde so ein Rot-Trap. Das fühlt sich an, Digga. Kann das, das geht. Ich bin Kacken. Ja, Freunde. Wir sehen uns gleich beim Klo-Wasser trinken. Wir nehmen die. Ja. Ja. Oh, Gott, das ist ein Set. Bist du Ehre, Mann? Gibt es mir noch ein Set? Nein. Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich auf der Toilette. Bis gleich. Ja. Tase Easter. Ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt für unser heiliges Glöschchen. Ja. Pack luck Timo in den Chat. Oh, warte, ich habe meinen Hausschuh verloren. Warte. Nee, nichts mehr Spüle. Bist du behindert, Alter? Komm, es ist ja sauber. Es ist sauber. Hängt da ein Tessel rein? Ach so, lehre nochmal aus, damit die Leute denken, das war Wasser vorher drin. Ihr seht es hier, Jungs und Mädels. Das ist ein guter Schluck. Komm, das ist asozial widerlich. Ein Tick geht noch. Ein Ticker geht noch. Das ist asozial widerlich. Hey. Ja, wie soll ich das da reinholen? Ich will ja, wenn der Hand kommt. Okay, Chat noch entscheide. Zeig nochmal, ob das schon reinfüllen kann. Das riecht nach Kacke. Das ist dein Mundgeruch. So ist es. Du wirst gleich noch Kacke riechen aus dem Mund. Weg, Echsen. Das ist eklig. Trinkst du wie ein Mann. Hast du es getrunken? Ja, es ist weg. Alter, tue ich einfach meine Kacke getrunken. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Das brennt im Hals. Das ist so eklig. Das ist widerlich. So Jungs, wir sind raus. Haut's da rein. Hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Liken, kommentieren. Würde uns freuen. Bis dann. Ciao, ciao. Bill vakn 1. Bill vakn 5. Not noch mal. Wie sehen Sie, ich kann mich da nicht besitrechen. Was war meine Liebungen? от triggeredgedogen. RuralG8s. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag. Fürsурz. Tv 21. obtained und zack. Vielen Dank.